Ey hier ist irgendwie so ein, hier ist so ein Police-Officer Ne, das ist ein Portier Für den Kaiser Digga, der hat voll die geile Karre, das ist mega der Voll der Kaiser, Alter Ich fahr jetzt mit ihm mit, Alter Guck mal hier, hier, er fällt Oh, was ist das? Ah, nice, Alter, so ein Oldtimer, Alter Oh, hast du das gesehen gerade? Hast du das geschmissen, Perky? Das ist Sau Ich mag das, wenn es bei GDA auch einfach so, weißt du, so Begegnungen spontan sind möglich, wenn man einfach No prop, thank the Kaiser Der ist voll in seiner Rolle drin I like it, Alter, I like it, Barry Was ist denn da für ein riesen Knüppel in der Hand? Kann ich gar nicht sagen Ich mag die Grundstimmung hier heute Zum Sprechen N drücken, natürlich N für Sprechen, macht Sinn Hallo, sei gegrüßt Werter Kaiser, Barry, can you hear me? Wie dein Mull sich bewegt, Mann Oh, man hört dich jetzt aber immer reden Oh, echt? Aber ich hab's jetzt eigentlich, wie mein Mull sich jetzt auch die ganze Zeit bewegt hier bei mir Aber ich hab eigentlich eingestellt Oh, ich hör dich doppelt an Dass ich da eine Taste dafür drücken muss Hallo, ich bin's, der Berky Besteige gerne Berge Kann ich abhauen, ich muss mal kurz hinterher gucken Da siehst du ab und Max noch hinterher Sag mal Max, man hätte doch jetzt einfach so schön gehen Sonnenuntergang fahren können Okay, Safi hat die ganze Zeit irgendwas gefragt Ja, ob man mich Wo ihr seid oder ob man mich abholen kann Ja klar, ich hab hier irgendwie so ein Rocket Oh, ich hab aber irgendwie Raketen hier Ah, wie sie ausflippt Ja, sorry So, also Magst du mich mal kurz so, äh, Selfie manövrieren Aber das Selfie wird mir gar nicht angezeigt hier auf der Karte Ja Halt doch da Ja, das roter Totenkopf Wieso? Hab ich Kopfgeld? Ja Oh 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 shit Ein Kopfgeld auf das Kopf meines Sohns Eine brisante Situation Die mir Das ist jetzt Ungewohne Situation gerade Bist du auf der Autobahn? Oder im Parkhaus? Nee, ich bin daneben dran Ach guck mal hier Wo die hier steht Ist einfach hier schön so irgendwie einfach nice Die gerade noch eine Prosekturierte abgeholte Steig mal ein in die Familienkutsche Denn heute ist Buddy Tag Wihihi Heute wird geballert, Alter Wir haben wirklich Bock zu ballern Feb, du musst aber auch rein hier Du darfst auch fahren, wenn du willst Feb, wir haben Bock zu ballern, Alter Steig ein Was ist los, Feb? Ich will mit meiner Proletenkarre hier so ein bisschen rumprollen Aber du musst ein eigenes Ding jetzt, ja? Alles klar, tschüss Nein Was? Mann, alle töten mich mal Dann schießt man auch mal mit euch Feb, Feb, Feb Feb, wieder auf mein Karg ist so schwer Das ist reingefallen, Baby Was? In diesem Auto gibt es nur Spaß Och, Max Das hieß doch wirklich nicht Ach, Feb, ich hab nicht mal Granaten, Alter Also keine Hafti Oh, du bist ne Granate Das kann dir keiner nehmen Ich hab Bock zu ballern, Alter Ich hab Bock zu ballern, Alter Ich hab Bock zu ballern, Alter So, Kinder Schön, dass wir vereint sind Hier bei GDA Online Und wir machen heute einen kleinen Familienausflug hier Denn ich hab gehört, dass... Was ist das denn jetzt? Okay, ja, läuft Geil Ja, gut, Leute, das war alles Das war's dann auch mit dem Familienausflug Ich bin doch drin, weil ich passiv war Ich finde, wir sollten irgendwann mal ne Folge machen Geil Ich brille Hast du überlebt, weil du passiv warst, ja Wir sollten irgendwann mal ne Folge machen, die einfach heißt Einfach einmal in der Folge nicht sterben Einfach einmal, also die Folge ist vorbei Das ist ja der Passivmodus Nee, eben nicht Das ist ja, das wäre... Das ist ein Challenge Die Challenge... Okay, lass uns die Challenge jetzt starten Guck mal, irgendjemand hat ne Sticky auf den Typen Wenn ich jetzt aus dem Passiv herkomme, werde ich jetzt wieder gekillt Ja, warte, warte Ja, du musst mich nicht... Mit frei, ein kleiner Mann Ich... Darf sogar vorne sitzen Und Michael, du... Ja, schon lange Nice Hau's hin, oder was? Okay Und wo ist jetzt... Wo ist Papa Schwanzi? Im Kino gerade Darf ich auf die Bullen schießen, oder? Hast du wieder ein paar heftige Deals... Nee, mach mal nicht, da kommt ein Jet Wir sind jetzt mal hier ganz relaxed drauf Ist der Jet, der mich übrigens dreimal gekillt hat? Perfekt Das war ein bisschen... Was ist los mit Max hier? Komm fein um Uh, ne, wieder ne extra Wurst hier, ne? Warum mach ich die Tür abmachen, Alter? So, jetzt reicht's mir Max? Entschuldigung Ja? Nur ne kleine Versicherung Es ist nicht sterben, oder? Mann, nein, Birgi, Alter Also, wenn wir... Wenn wir hier so Ärger abmachen, ist die Chance... Hier, Max macht die Challenge grad kaputt Max, du bist... Wir müssen jetzt zusammen im Auto sein Du bist ja echt der Challenge Breaker, Alter Ah, ist ab Ah, jetzt Ja, bist du wieder da? Hallo Steig ein Ja komm, ich fahr so mit Ja, aber das ist doch nicht die Challenge Du bist ein Loser bist du Du zerstörst den Geil Max, der ist unentudiert! 3, 2, 1... Boah! 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 Geil, Alter Warte, ich ruf lästern Ich ruf lästern Na, ich hab Marc angerufen, oder? Wer ist Marc? Wer ist denn Marc? Morg 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 Ah, Alter Fuck, Alter Jetzt haben wir wieder Sterne Toll, danke, Danke, Selfie Jetzt haben wir wieder Sterne Aber man muss auch dazu sagen, Selfie spielte heute zum allerersten Mal GDA Online, deswegen konnte es natürlich auch nicht wissen, dass wenn man schießt Ja, mein GDA hängt die ganze Zeit Warum, was ist denn los? Derfi trägt so'n Schlaffer zu? Hast du deine HD-Morg wieder drin? Ja, ich bin eigentlich irgendwie in der Kaffeezeit Irgendwann ist das hier weird Spieler Forge steht jetzt auch da, du flippst völlig aus im Auto gerade Du drehst völlig durch Max, wie du die ganze Zeit hier die Challenge versuchst zu manipulieren Ja, mach gar nichts Doch, du drehst hier im Auto durch jetzt Der NPC lebt noch Seht ihr das, wie er am Durchdrehen ist? Er ist halt richtig hart am Upjam, Alter Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das ist so'n Drum-Solo Aber ich seh meine Maus auch nicht Ja, du bist auf jeden Fall, bist du gone, Alter Du machst gerade ein kleines Drum-Solo Ich hab Angst, dass du aussteigst gleich Das ist die neue Challenge Die neue Challenge ist, Max darf nicht mehr sterben Ich will Max beschützen Aber er will die ganze Zeit aussteigen Er sucht auf so'n richtigen, er sucht auf so'n richtigen Geschwindigkeit Du musst ihn auch mal ein bisschen beruhigen, Garth Ja, verbaul ihm mal einen rein Oh, nein! NEIN! Max! Und nicht töten, nicht töten Max! Wir müssen ihn zugeben Max Nee, Max lebt noch Guck mal, Max ist ein harter Dorschen hier Stopp ihn ins Auto Ich stopp ihn wieder ins Auto Max, komm Stopp ihn ins Auto Ich habe jetzt nicht viel Zeit, ich komm Warte, jetzt ist das Spiel zugegangen Aber ich seh meine Maulung Ja, ganz knapp, ganz knapp Komm schon, Max Ja, warte, Max, komm Ich muss Max nur kurz ne Versicherung auf den Rücken klatschen Irgendher Was geht hier ab? Ja, sehr gut Leute, ganz kurz, irgendwas geht hier grad ab Was läuft denn da? Lass ihn, lass ihn, lass ihn Lass ihn rennen Du hast grad den Bomben am Rücken, das geht grad ab Meine Maus ist verschwunden und hier passieren Dinge von alleine Was denn für Dinge? Ich weiß nicht, hier öffnen sich irgendwelche Programme Wirst du gehackt? Er läuft voll durch die Gegend Max Ach, jetzt sehe ich die Maulung Max, was ist los da mit dir? Max, ich Max Das ist wie in der Maastrex, Mann Wir müssen die Verbindung zu Siva Morpheus Morpheus Max wird gerade von den Agents gehackt Ich beschütz ihn, ich beschütz ihn Wir müssen die Verbindung zu Max Wir müssen sie beenden Oh, ich bin tot Max, es tut mir leid Ich muss dich sprengen Max, es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir so leid Nein Nein Hallo Hallo Hi Jetzt müsste die Verbindung wieder da sein Wir warten auf Max Wenn ich mal irgendwann ein Theaterregisseur bin Dann mach ich echt so eine neue Interpretation von Warten auf Godot Mache ich Warten auf Max Warten auf Max Warten auf Max Dann spielst du so wie du vor dem Computer sitzt und mit uns redest Ja genau, so zwei Leute die Gemeinsam im Teamspeak sitzen Du weißt, dass Godot Niemals auftoppt Der kommt ja nie Also kommt Max auch nie Ja genau Das ist ja der Gag Das ist ja der Gag Fab Das ist der Gag Aber 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 der Tramper kommt doch noch Oh Gott, das hat grad übelst geleckt bei mir Das heißt irgendjemand lockt sich dann auszusehen in den Teamspeak ein Du als Überraschungsgast Wie die Cops hier stehen, Alter Das ist ja nichts gewesen Die haben so viele Leute gerade getötet Es ist ihnen völlig egal Es ist ihnen völlig egal Warten auf den Tatortreiniger Es ist ihnen völlig egal, dass er grad einen Menschen getötet hat Geil, jetzt hab ich so eine Schrotflinte aufgenommen Nice Die sehen so stolz aus Die sehen richtig stolz darauf aus Stolz Menschen betrifft Geil, hier kann man hochklettern, Burgi Ich hab grad ein ganz anderes Problem Ich schau hier grad in die Abgründe der Menschheit Shame on you Hey, ich bin wieder back im Business-Aus Was war los? Keine Ahnung Ich muss euch mal ein Screenshot machen Wir machen dann mal ein Screenshot So Alter vier Ne, wie mach ich ein Screenshot? Alter vier Ne, komm jetzt sag Ja okay, Steuerung alt entfernt Okay Sag mal Selfie, fühlst du dir eigentlich grad die Haare? Äh, warum rasselt der Bulle jetzt aus? Oh! Ich hab noch nichts gemacht Aber ich schau mir das trotzdem an Wenn der Zug kommt, werde ich einfach mit meiner Lampe leuchten Und dann hält der Zug an Ohhhh Wir im echten Leben Ach so, das ist ein Update gewesen von GDA Ach der hält einfach mal die Lampe drauf Jaja Das war das Green Lantern Update Ja, also man blendet den Zugführer und er zieht dann automatisch die Bremse Genau, er zieht automatisch auch die Bremse Genau, er zieht automatisch auch die Bremse Aber er muss Jetzt Max wieder weg Hey, ich bin doch da was noch Max, ich vermisse dich immer so, wenn du schweigst Hey, wir erzählen doch nicht so'n Müll, Alter Föhn dir mal die Haare zu Ende Ich hör Zug, ich hör Zug Ich auch, stimmt Einen Scheiß hörst du Fab, Alter Wer wird ihn auffallen? Er kommt! Er kommt! Renn weg! Renn! Halt ihn auf! Ihr müsst rennen Fab, Fab Fab Ihr klappt nicht verbleiben Fab Silvi Silvi Alter Alter Okay Das ist die Mehrzeit, Pumpe Musi oder Pumpe Musi? Pumpe Musi Der hält nicht an, der Zug Ich glaub der ist außer Kontrolle Da kommt Jerome, Alter, ich glaub's nicht Was ist das für ein Plotzwist im letzten Drittel? Der ist außer Kontrolle Ja, der ist, ich weiß, ich kann nichts tun Wer ist derjenige außer Kontrolle? Aber ihr müsst mal hier Jerome, Alter Das ist der, was für ein krasser Auftritt Der hat ne richtige Crew mitgebracht hier Wie geil ist das denn? Der hat da eben noch geschrieben, der sagte follow and don't kill Ja, guck mal hier, das ist hier voll die Kaiserbande, Alter Das ist, aber echt, solche geilen Karren, Alter Total Mega stabiler Auftritt Aber das ist natürlich, äh, eigentlich ist es ja nicht der Sprache angemessen So redet man ja eigentlich nur Kaiser, ne? Mega stabiler Auftritt, Herr Kaiser Stabiler Kaiser Nämlich Kaiser Stabil, Herr Kaiser Stabil, Alter Stabiler Kaiser Echt stabil von dir, Kaiser Sehr geehrter Kaiser Stabiler Auftritt Echt so, ey, Kaiser Stabiler Knicks, Alter Was ist los? Ich bin auf, ich bin auf dem Zug Okay Nice Jerome, Alter Wird erstmal sich schön verbeugt, Digga Mit nem nicen, kleinen Jazzhands, Alter Mit den Jazzhands? Mit den Jazzhands wird sich erstmal schön verbeugt, ey Der ist echt ein cooler Typ, Alter Ich finde auch sein Kumpel hier Stingfartentail, Alter Stingfartentail Stingfartentail Und da kommt Fab wie stabil Alle so königlich-adelige Namen, ne? Wie stabil Fab auch gerade hier, wie Sonny Crockett, Alter Am Container hochgeklettert kam Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich nicht doch ein bisschen heiß auf Barry bin hier Ja, aber sie ist mir eine Nummer zu geheimnisvoll, da weiß man nicht so, was anfühlt Das stimmt doch nicht Sorry, aber du bist mir eine Nummer zu geheimnisvoll Das ist ein bisschen too much Das ist ein bisschen too much Das ist ja ne geile Anmache Das ist ja ne geile Anmache Sorry, du bist ein bisschen zu geheimnisvoll Das stimmt leider nicht